Einmal Feldwespen füttern mit Bienenbrut scheint ja sehr lecker zu sein. Wenn die da hocken, dann müssen sie doch irgendwo dein Nest haben. Ich seh's aber nicht. Das ist Paarungszeit. Ach, da oben drin ist Nest. Naja, die Nester lösen sich auf. Wenn die so hocken, das ist Paarungszeit. Jetzt? Im Spätsommer? Wenn sie angepaart sind, gehen sie alle in Winterschlaf rein. Nächstes Jahr kommen sie wieder raus. Dann bauen sie wieder richtige Nester. Guck mal wie ratzfatz, das ist ja wie eine Hyäne. Irgendein totes Tier. Guck dir das mal an, da ist ja fast nichts mehr dran. Ja. Wahnsinn. Guck mal wie sie jetzt hier noch die zerfleischen. Das ist schon so ein langer Faden. Durch dich zu beobachten. Ich leff die mal weg. Und dein Käppchen noch? Sehr gerne. Also das sind Feldwesten. Ja. Ja. Ja.